Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden. Das soll die Chance und die Hoffnung sein. Darauf verzichte ich. Erwarte den Ersten, wenn morgen die Turmuhr 1 geschlagen hat. Könnten nicht alle auf einmal erscheinen? Dann hätte ich es hinter mir, Jacob. Den Zweiten erwarte in der nächsten Nacht zur selben Stunde. Und den Dritten. In der nächsten Nacht, wenn der letzte Schlag der zwölften Stunde. Verklungen und verstummt ist. Nie wirst du mich wiedersehen. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen.